Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem Ratgeber zum Kinderwagen California aus dem Hause Sign Baby. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser 3 in 1 Kombi-Kinderwagen für dich und deinen kleinen Schnuckel die richtige Entscheidung ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zu diesem Kinderwagen unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Ja, für den eigenen kleinen Wonne-Proppen nur das Beste. Ich denke, hier sind sich viele Eltern einig. Allerdings ist es wahrlich sehr wichtig, dass du dich für qualitativ hochwertige Kinderprodukte entscheidest. Gerne können wir uns ein paar Produkteigenschaften zu diesem Kinderwagen noch genauer anschauen. Mit dem Sign Baby Kombi-Kinderwagen erwerbst du einen gut gefederten, kompakten, innovativen und ergonomischen Kombi-Kinderwagen. Der Kinderwagen ist von Geburt an nutzbar mit der praktischen, komfortablen und gut belüfteten 2 in 1 Babywanne. Diese lässt sich mit wenigen Handgriffen in einen Sportsitz umfunktionieren. Der unfunktionierbare Aufsatz wird ganz einfach durch ein Klicksystem auf dem Kinderwagen-Stell befestigt werden. Damit du dein Kind in den ersten Monaten immer im Blick hast, kann die Wanne sowie der Sportsitz in beide Richtungen umgesetzt werden. So kann dein Kind später nach vorne schauen oder zu dir hin. Die Rückenlehne ist variabel bis in die Liegeposition verstellbar. Auch das Sonnenverdeck ist mehrfach verstellbar, damit dein Kind gut geschützt ist. Du kannst den Kinderwagen mit der im Lieferung enthaltenen Babyschale auch als Travel-Set nutzen. Diese kann mit den beigelegten Adaptern schnell auf dem Kinderwagen montiert werden. Der Kinderwagen verfügt zudem über eine Komfortfußbremse an der Hinterachse. Unebenheiten auf unbefestigtem Untergrund werden dank der Federung abgefangen und erhöhen den Fahrkomfort für dein Baby und Kind deutlich. Durch die Outdoor-Federung und die optional feststellbaren gefederten Vorderräder wird jede Fahrt mit dem Kinderwagen zu einem komfortablen und angenehmen Erlebnis. Egal ob auf Waldwegen oder in der Stadt. Dank dem 13-fach höhenverstellbaren Kunstlederschieber ist der Kinderwagen individuell auf deine Größe einstellbar, damit der Ausflug auch für dich als Elternteil so komfortabel wie möglich wird. Der Kunstlederbauchbügel bzw. Schutzbügel ist von beiden Seiten abnehmbar. Alle vier Räder sind Luftkammer gefüllt und mit einem geländegängigen Profil ausgestattet. Platte Reifen gehören somit der Vergangenheit an. Die Vorderräder sind schwenk- und feststellbar und gefedert. Der Kinderwagen kann einfach und kompakt zusammengeklappt werden. Die Kundenrezensionen auf Amazon sehen soweit sehr positiv aus. Ich würde dir in der Tat empfehlen, da auch nochmal einen Blick drauf zu werfen. In meinen Augen definitiv ein empfehlenswerter Kinderwagen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe sehr, dass ich dir mit meinem Ratgeber weiterhelfen konnte und wünsche dir einen wundervollen sonnigen Tag. Alles Gute, ciao!